Heute, wir gehen das alle mal zum Fett. Der ist noch nicht da oben. Was? Was denn? Du weißt, ich liebe das. Ich weiß. Das weißt du. Ich habe mir trost, man muss jetzt mal irgendwas sagen, worauf wir es sehen. Ich habe gehört, wann kommt der in der Brüder? Jetzt kommt die Rede. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Dass wir heute eine schöne Wanderung haben, ein paar schöne Stunden genießen können. Ja gut, dann sage ich mal frisch auf und wir laufen los. Okay. Ein klein wenig außer Puste sind wir. Gerade sagen wir, wir gehen uns bei der Teamleitung beschweren wegen der Sicht. Wo kann man sich denn hier wegen der schlechten Sicht beschweren? Da hinten der grüne da. Mein Timo. Der grüne Deo-Roller. Hast du meinen Gleitschirm schon ausgepackt? Mhm. Wolltest du gleich runtersegeln oder was? Ich habe unseren hohen Koch-Ausrüstung. Ich brauche maximal zwei Stück im Jahr. Ah echt? Also wenn ich jetzt nur zum Teewasser komme. Ja, naja. Hattest du heute Morgen da Steine mit reingepümpft in den Rucksack? Nee. Und warum ist das so schwer? Dein Essen. Du wolltest gerade sagen, deine Stühle. Dein Kaffee. Ich glaube, das wird ja noch beleuchtet. Und es sind auch alle Leute komplett. Ja, da lerne ich ja heute oder jetzt auch gemein auch von J.P. und so weiter ganz viele Sachen. Die Rita und der Günther. Warum muss ich denn? Ohne habt ihr Spaß? Ja. Ja. Bist du nur ein bisschen langsamer, macht aber nichts. Wie den Wurm-Mobilisten getroffen haben. Es ist, wie es ist. Meine Eltern sind auch noch total fit. Ich bin auch schon älter, aber da freue ich mich auch mal. Wenn die noch so aktiv sind, das finde ich klasse. Ja, das macht deswegen. Ist ja egal. Ich brauche es auch nicht. Ich brauche nicht ganz Jahre in Köhlen. Ich freue mich dann wieder. Guck, geht's los. Ja, genau. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ähnlich mal einen, der ein paar Filmaufnahmen macht. Ja, ist gut. Ich habe nur so einen Stativ. Das war die Krüger hier auch dann. Das haben wir auch schon in den Raum geguckt. Alle mal winkeln. Und Spaß haben. Ja, Spaß haben. Tschüss. Die erste Hundertschaft von YouTube. Sehr schön. Das Kommentar kommt direkt. Komm ich auf. Danke. Das war auch schön. Ich bin einfach dann so mitten gebrochen. Und die stehen nicht mehr. Aber das scheint hier. Wir nehmen uns wieder runter. Und dann machen wir noch einen Schlenker zur Wolfenburg. Das ist der Hügel, der da nebenan ist. Das ist schön in der Natur. Und erst mal wieder runter bis auf die Plattform, wo wir eben waren. Und dann geht da so ein schmaler Pfad runter. Da ist nochmal ein Ausguck vorne. Da geht's weiter. Schatz, es geht abwärts. So schwer, dass man da wegschlagen kann. Ja, das wird auch gerade dran. Entschuldigung, das gehört doch nicht hin. Echt? Mit dem Wald? Bistoschirm. Klotter. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber es ist wichtig. Okay, geht's. Das ist wichtig. Ich sage. Ich sage. Wir erkrackten jetzt hier in den Wolkenhof und wenn ihr hier einfach den Weg wieder folgt, dann kommt er wieder nach unten. Wir gehen da runter. Ich weiß auch nicht, ob alle mitgehen. Vielleicht gehen auch noch welche mit euch runter. Ich sag das jetzt nochmal. Wir machen ja keinen Stress hier. Die Rita und der Günther, die gehen auch jetzt gemütlich wieder runter, wenn jemand mit runtergehen möchte. Einfach den Weg hier wieder folgen. Dann kommt er auch wieder zu dem Parkplatz und ansonsten mir nach. Alles klar? Wo geht ihr danach hin? Wir kommen dann auch wieder runter, aber das dauert noch ein bisschen an. Wenn ihr an der Drachenburg seid, da kommen wir irgendwann wieder an zu dem Schloss Drachenburg. Dann gehen wir aber einen anderen Weg, durch das Nachtigallental, da kommt ich dann runter. Aber das wird dann bestimmt schon ein bisschen dauern. Die ganze Gruppe kennen, wenn wir da oben erstmal wieder ein bisschen sitzen und so. Naja, vielleicht immer noch da. Wenn nicht sage ich Tschüss, war schön mit euch. Ich konnte nicht mit jedem reden, aber sehr nette, viele nette Leute kennen wir. Gut, also uns hat es Spaß gemacht. Wir sind jetzt kaputt, wir brauchen jetzt eine Woche Pause. viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Und geht in die Nibelungenhalle. Das ist absolut sehenswert. Ja gut, können wir machen. Da kommen wir ja vorbei. Gut. Vor ein paar Jahren war der auch cool. Okay. Hinter der Nibelungenhalle ist der. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Viel Spaß noch. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss Jürgen. Wir sehen uns auch mit Sicherheit nochmal. Wir kommen auch in deine Ecke. Weil das ist eine schöne Ecke. Und im Zweifelsfall sieht man sich im nächsten Video, oder? Na eben. Na immer. Komm gut nach Hause. Ja gut, danke Tschüss. Ich kann nicht essen mal laufen. Ich kann nicht essen mal laufen. Ich kann nicht essen mal laufen. Soll ich meinen? Ja. War das auf dem Bus? Ja. war der Nibel. Was die Ecke ist Expectanträsgeruch? Das war die Ecke der Ecke Porque sage und aufge Study, die Ecke ist Neustreiche und Tre Geburgräu des letzten Jahrhunderts, Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt, in der Stadt und in der Stadt. So, dann guckst du das mal vor. Oh, da sieht die Scheinwerfer aus, ne? Da sind normalerweise überall Scheinwerfer. Das ist schön. Ich muss nicht weitergehen. Da wird dein Kopf tiefer. Mach einfach mit, als dass die läuft bei dir. Die ist zerholt. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Die schon läuft. Ich komme jetzt auf dich zu. So, dann sind wir da, Leute. Da kommt der Reptilien zu. Vollast. Aber haben sie denn schon alles? Ich muss noch ein Gabelchen machen. An deiner Stelle. Man muss schön aufmachen. Aber das ist jetzt hier. Also guckst du da viel drauf. Jetzt sind wir. Ja. So. 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 So.